Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Update-Video. Ja, Bitcoin ist weiter gepumpt. Gestern war echt ein ereignisreicher Tag, keine Ahnung. In der Gruppe war so viel Action drin. Ein Trade nach dem anderen, entweder ein Take-Profit, dann entweder ein Stop-Loss und sowas. Jetzt wollen wir wieder ein bisschen Ruhe reinbringen in den heutigen Tag. Momentan traden wir bei ungefähr 16.930 US-Dollar. Ja, wir haben nochmal einen schönen Pump gesehen, bis in die Region um 17.40 US-Dollar. Das war die Grenze, wo wir darüber gesprochen haben. Da brauchen wir einen 4-Stunden-Close. Das haben wir leider nicht bekommen. Wir sind wieder rejected worden. Jetzt konsolidieren wir ein bisschen, wie es jetzt weitergeht übers Wochenende. Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Video anschauen. Doch bevor wir starten, gerne den Video ein Like da lassen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinjoin, wenn ihr keine Trades mehr verpassen wollt. Ja, und damit genug Eigenwerbung gemacht. Wir starten durch. 16.930 US-Dollar momentan. Wir konsolidieren ein bisschen. Nachdem wir ja, wie gesagt, gerade diesen Pump hier hoch in die Region um 17.036 US-Dollar oder 40 US-Dollar hier oben hin hatten. Kurzes Trade-Update. Also BTC Short ausgestoppt nach Take Profit 1. BTC Long 16.000. Was hatten wir hier unten? 16.680, wo wir rein sind. Take Profit 1, Take Profit 2. Dann 16.490. Der Trade läuft mit Take Profit 1 und Take Profit 2 noch weiter. Take Profit 3. Dann hier oben in dieser Region. Das sind jetzt erstmal kurz die BTC Trades. Ethereum kommen wir gleich dazu. Ja, wir haben einen ordentlichen Pump gesehen, was halt nicht gut war. Wir haben kein höheres Hoch gebildet. Gefällt mir eigentlich nicht so gut. Und jetzt wird es halt ernst. Wir blicken mal ganz kurz auf den 1-Stunden-Chart. Und da seht ihr jetzt schon, okay, diese gelbe Linie. Wer mich schon länger verfolgt, weiß, was das bedeutet. Wir befinden uns hier in einem riesigen Falling-Wedge-Chart-Pattern. Dieses hält momentan meines Erachtens nach ganz gut als Widerstand. Und da sind wir eben gestern jetzt wieder fast auf den Dollar genau rejected worden. Also wir brauchen jetzt hier auf jeden Fall deutlich, deutlich mehr Dynamik. Darauf wird es jetzt ankommen, dass wir hier diesen Bereich eben nach oben hin durchbrechen. Und natürlich auch diese 4-Stunden-Supply, die wir hier oben auch noch drin haben. Was aber hier jetzt halt wichtig ist. Wir brauchen hier wirklich einen impulsiven Move. Ich möchte jetzt hier keinen Breakout sehen, weil das ist ein wichtiger, wichtiger Widerstand. Kein Breakout, wo wir einfach nur kurz drüber dippen und dann ein bisschen konsolidieren. Und dann wieder abverkauft werden, weil das wäre ein klares Fakeout. Danach sieht es momentan zumindest noch nicht aus. Aber jetzt ist natürlich auch Wochenende. Ich erwarte jetzt ums Wochenende herum wenig Bewegung erst einmal. Trotzdem weiterhin Vorsicht. Was ich mir aber sehr gut vorstellen könnte, ist, ihr seht hier dieses krasse Volumen, was hier reingekommen ist, eben mit diesem Wig, dass wir uns diesen Bereich auf jeden Fall nochmal holen. Sollten wir hier wieder einfach nur rüber dippen und kein höheres hochkriegen und einfach drunter schließen, ist das ein klares Short-Signal. Ich persönlich bin gestern noch kurz vorm Pendentgen nochmal reingesprungen in den Short, der läuft momentan. Habe mich aber dann auch nicht mehr getraut, nochmal ein öffentliches Setup reinzuposten. Also ich warte jetzt hier, dass wir nochmal rüberkommen und dann nochmal eine Gegenbewegung zumindest nach unten hin machen. Wir blicken ganz kurz auf die Vector Candles. Wie sieht es danach aus? Haben wir irgendwelche vorliegen jetzt gestern durch den Pump? Ja, einige. Und zwar genau hier unten in den Bereich der 16.700 und dann nochmal eine hier in den Bereich der 16.800 US-Dollar. Also es ist nicht gerade unwahrscheinlich, auch weil der RSI sehr, sehr hoch ist, dass wir uns diese Bereiche auf jeden Fall nochmal holen. Wir machen nochmal ganz kurz den Indikator aus, ziehen uns das FIP-Level von dieser gesamten Bewegung auch mal dazu. Und da seht ihr, okay, 0786er würde genau dahin gehen, wo eben dieser zweite Vektor liegt. Also es wäre nochmal so eine Möglichkeit, dass wir hier nochmal runterkommen. Deswegen hoffe ich, dass wir nochmal diesen Peak nach oben hinkriegen. Und nochmal einen kleinen Short-Trade hier möglicherweise sogar eingehen. Wir hatten drei Pushs insgesamt. Das spricht natürlich auch dafür, dass wir erstmal so eine kleine Gegenkorrektur dann sehen. Und dann uns eventuell nochmal in dem Bereich der 16.800 bis 16.750 US-Dollar noch einmal long positionieren. Müssen wir aber nicht. Leute, wir haben gestern keine Ahnung wie viele Trades gemacht. Das hat dann irgendwann auch mal gereicht. Und wir haben zwei Long-Trades offen. Also wir müssen hier nicht jetzt auf Biegen und Brechen wieder irgendwelche Einstiege suchen. Ich werde mir das ganz, ganz genau überlegen, ob wir hier das Risiko nochmal eingehen und nochmal in den Trade reingehen. Oder ob wir jetzt möglicherweise sogar mit einer größeren Korrektur rechnen müssen. Das könnte jetzt natürlich auch anstehen. Wir sind jetzt einfach an einem wichtigen Punkt. Brechen wir eben dieses Falling Wedge, haben wir auf jeden Fall Luft und hoffentlich genug Power, um den Bereich der 17.200 bis ungefähr 17.600 US-Dollar zu brechen. Und dann, Leute, könnte die Post abgehen. Aber dafür ist es momentan noch zu früh. Wir sind in dieser riesigen Seitwärtsphase. Also daran hat sich nichts geändert und diese müssen wir brechen. Und die brechen wir wirklich erst, wenn wir eben diese 17.040 US-Dollar mit einem 4-Stunden-Close. Bombe wäre es mit einem Daily-Close. Aber auf den kleineren Time-Film-Skills jetzt erst einmal, dass wir uns zumindest das mit einem 4-Stunden-Close auf jeden Fall sichern. Danach sieht es momentan nicht aus. Wochenende, weniger Liquidität und am Wochenende ein Breakout. Leute, ist nicht das, was wir wollen. Deswegen, wir warten jetzt erstmal hier ein bisschen ab, gehen das Ganze ein bisschen vorsichtiger an, ein bisschen ruhiger. Weil gestern war echt Hammer, Hammer. Viele, viele Trades, viele Take-Profits und so, da ist man nicht mal hinterher gekommen. Aber gut, wenn ihr da echt nichts mehr verpassen wollt, gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe natürlich unten in der Videobeschreibung reinjoinen. Gut, soviel eigentlich zu Bitcoin. Mehr gibt es da momentan zumindest nicht zu sagen. Das Level auf jeden Fall mal hier im Blick behalten, wegen den Vektoren, wegen dem großen Pocket. Und ansonsten, war es das für Bitcoin? Wir blicken rüber zu Ethereum. Nicht wundern, ich habe den Chart ein bisschen umgestellt. Sieht jetzt ein bisschen anders aus, weil das jetzt der Bing-X-Chart ist, habe ich bewusst gemacht. Weil Take-Profits teilweise um einen Dollar mal nicht erreicht wurden. Das war nämlich gestern auch ärgerlich. Kurzes Ethereum-Update. Es läuft wieder neuer Ethereum-Short von meiner Seite aus. Aufgrund des Golden Pockets hier oben, aufgrund dieser Divergenz, die wir hier oben hatten. Es läuft noch der Long bei 1.153. Absolut in den Profits. Und bei manchen ist es erreicht worden, bei mir persönlich nicht, ist dieser 1.235 US-Dollar Trade. Der war bei 1.234 gegen das Setup los. Bei Binance und Bybit und sowas wurde es getriggert. Also Glückwunsch, wer das genommen hat. Habe ich gestern auch Updates dazu gegeben. Ist aber jetzt auch im Take-Profit 3 mittlerweile auch hier erreicht worden. Aber der Rest läuft natürlich noch für die Leute. Ich persönlich habe jetzt nur noch einen Ethereum-Long offen, einen Ethereum-Short, der aber auch schon Take-Profit 1 erreicht hat. Und jetzt warten wir hier erst einmal ab. Ich sehe größere Short-Möglichkeiten. Erst hier oben dann wieder in diesem Bereich, wo wir die 1.297 haben. Das habe ich gestern auch dazu geschrieben. Warum? Wir haben hier oben noch eine Ineffizienz, die zeichne ich euch nochmal ganz kurz ein, hier in diesem Bereich. Und das ist dann für mich auch der erste Bereich, wo ich dann Short machen würde. Und nicht nur das, wir blicken auch hier ganz kurz auf den Daily-Time-Frame. Und da seht ihr auch schon wieder so eine gelbe Linie. Und ihr seht von wo die stammt, auch von hier, von diesem Hoch. Und da kommen wir dann auch hin in diesem Bereich bei 1.300 US-Dollar. Also es wird langsam, aber sicher ernst. Nicht nur bei Bitcoin, auch bei Ethereum kommen wir langsam in Bereiche, wo wir uns darüber Gedanken machen müssen. Steht möglicherweise ein endgültiges Breakout bevor oder ein größerer Abverkauf. Und Ethereum deutlich bullischer. Ihr seht hier, schöner Abtrend eigentlich, den wir hier gebildet haben. Während wir bei Bitcoin immer noch in dieser riesigen Seitwärtsphase sind. Und darauf wird es jetzt meines Erachtens nach ankommen. Wir warten jetzt hier erstmal ab, auch mit möglichen neuen Trades. Weil ich kann mir immer noch vorstellen, dass wir hier eben nochmal runterkommen in dem Bereich der 1.214 US-Dollar. Ist noch nicht raus. Deswegen sind wir hier nochmal ein bisschen auf Nummer Vorsicht. Short Rates. Dafür blicken wir ganz kurz nochmal in den 1-Stunden-Chart. Wie sieht das Volumen aus? Und da sehen wir auch, okay, da ist nochmal so ein kleiner Volumen-Peak. Zwar nicht mehr so viel, aber trotzdem ist es noch eine Möglichkeit, dass wir hier nochmal hochkommen. Jetzt über das Wochenende. Und dann so ein kleines Doppeltop bilden. Denn, wenn wir jetzt wieder die Vektor-Candles anmachen. Hier haben wir eine große Vektor-Candle. Da unten haben wir eine große Vektor-Candle. Da kommt schon eine Menge zusammen. Das heißt für mich persönlich ist das Downside-Potenzial jetzt für die nächsten Tage deutlich, deutlich größer, als dass wir jetzt übers Wochenende nach oben hin ein komplettes Breakout sehen. Heißt für uns, wir warten jetzt erstmal ein bisschen noch ab. Den heutigen Tag. Sollten wir hier ein höheres Hoch reinkriegen, ist das für mich eindeutig ein Short-Signal. Weil der RSI dann wahrscheinlich nochmal eine Bearish-Divergence kriegen würde. Und dann würde wahrscheinlich der Kurs sehr, sehr schnell wieder nach unten hin abverkauft werden. Zumindest in die Region um 1230. Besser wäre sogar 1225, um noch eine kleine Ineffizienz zu füllen. Wir ziehen nochmal ganz kurz ein FIP-Level. Machen aber das untere mal ganz kurz weg, damit es nicht so sehr verwirrt. Und zwar von diesem gesamten Pump, den wir hier eigentlich im Endeffekt losgetreten haben, bis zu unserem High. Da seht ihr auch, okay, würde passend hier mit diesen 1220 als mögliches Ziel, um Vector-Candle, um die 1-Stunden-Demand-Zone zu hitten. Das bitte mal im Auge behalten. Kriegen wir jetzt einen Doppeltop rein. Auf jeden Fall nochmal Short. Ich bin schon Short, würde aber dann nochmal gegebenenfalls ein kleines Setup in die Gruppe auf jeden Fall posten. Gut. Soviel zu Ethereum und Bitcoin. Sieht eigentlich ganz gut aus. Trotzdem Korrektur wird immer, immer wahrscheinlich. Wir kommen jetzt an massive Widerstände übers Wochenende, hoffe ich, auf ein bisschen ruhigere Tage. Weil gestern, das war echt viel. Also Glückwunsch trotzdem an alle, aber trotzdem, das war echt viel. Ja, dann kurz zu den News. EU-Plan verschärfte Kryptoregulierung auch gegen Self-Custody Wallets. Oh Gott, ist früher morgen. Ja, lest euch den Artikel gerne durch. Link wie immer unten in der Videobeschreibung oder in der Telegram-Gruppe müsste er schon online sein. Ansonsten bei cryptoguru.de vorbeigucken. Gut, dann war es das von mir. Wir hören uns später noch zum Wochenausblick oder vielleicht noch ein Altcoin-Update-Video. Muss ich mal gucken, was zuerst kommt. Und ja, dann würde ich sagen, bis später. Schönen Start ins Wochenende. Kommt gerne in die Telegram-Gruppe. Like da lassen, Abo da lassen, würde ich mich drüber freuen. Bis später. Ciao, ciao und stay crypto.